Wir wollen heute eine weihnachtliche Fantasiereise machen. Such dir eine Position, in der du dich wohlfühlst, im Sitzen oder im Liegen. Such eine bequeme Position für deine Arme und für deine Beine. Schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein. Halt die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Sollten Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lass sie wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme. Und nun komm mit auf eine kleine Fantasiereise. Es ist Weihnachten und du schlenderst durch die schmalen Gassen eines weihnachtlich erleuchteten Dorfes. In jedem Fenster der kleinen und wunderschönen Fachwerkhäuser leuchten Kerzen. Die Flammen der Kerzen verkünden, dass heute Weihnachten ist. Die Lichter tauchen die Stadt in einen warmen Glanz. An den altmodischen Laternen der Stadt stehen Weihnachtsbäume. Sie wurden liebevoll mit roten Kugeln und mit Strohsternen geschmückt. Du atmest tief ein und nimmst die klare Luft in dich auf. Die Luft bringt Frische in die ansonsten perfekte weihnachtliche Geborgenheit. Du kommst an einem Haus vorbei, an dem ein Fenster einen Spalt offen steht. Durch den offenen Spalt hörst du festliche Weihnachtsmusik. Die Musik berührt dich. Geht durch deine Ohren direkt in dein Herz. Alles um dich herum zeigt dir, es ist Weihnachten. Du lächelst stumm in dich hinein. Die weihnachtliche Stimmung durchströmt dich und gibt dir ein Gefühl der Wärme, der Liebe und der Geborgenheit. Du fühlst Weihnachten in jedem Winkel deines Körpers. Du betrachtest noch einmal die Flammen der Kerzen in den Fenstern. Du bewunderst noch einmal die festlich geschmückten Weihnachtsbäume. Du lauschst noch einmal die festlichen Musik, die durch den Fensterspalt dringt. Die weihnachtliche Fantasiereise ist jetzt zu Ende. Du atmest tief ein und aus. Du fühlst dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du hast Kraft für den Tag gesammelt. Nimm jetzt die Unterlage wahr, auf der du liegst oder sitzt. Bewege deine Füße. Bewege deine Hände. Atme noch einmal tief ein und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. Und dann playen. Und dann die Glocken. Du bist in der Übungen. Du bist in der Übungen.